Was bedeutet für Sie Engagement? Engagement ist Einsatz. Das kann freiwillig sein, das kann aber natürlich auch beruflich sein. Gehört auch da dazu. Jeder soll da, wo er hingestellt ist oder wer irgendeine Aufgabe erfüllt, sie möglichst so erfüllen, dass sie denen, denen es zugutekommen soll, zugutekommt und die, die die Arbeit machen, dass die anständig behandelt werden. Na gut, erstmal Engagement ist für mich etwas, wenn man aus Emotionen, aus Betroffenheit, Entsetzen endlich Taten wachsen lässt. Ohne Engagement laufen einfach viele Projekte nicht und meistens ist es eben so, dass es einige wenige Personen geben muss, die Projekte vorantreiben und das haben wir jetzt ja auch schon gesehen bei vielen Projekten wie Klimapartnerschaften, und dass das dann auch geklappt hat. Um sich in Afrika, in Asien oder sonst was zu engagieren, man kann eine Reise machen, man kann bei der Reise, statt am Strand zu liegen, in eine Straße gehen, in eine Schule gehen. Man kann überall, wo man will, sich engagieren. Die Aufgaben liegen buchstäblich auf der Straße. Man kann überall, sich nicht mehr zur Straße. Untertitelung des ZDF, 2020